Als nächstes haben wir gedacht, spielen wir euch eine Nummer vor, die Gregor Hilden selbst komponiert hat. Gregor ist ein Vertreter der instrumentalen Gattung Musik und dieses Stück, was auch auf einer CD von ihm ist, die er auch mit hat, heißt The Golden Voice. Musik 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 Auf Wiedersehen! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hahaha! You know I've got to cut one of the 2, the four. Right now, I'm not going to cut it. No, I'm gonna cut it, no, I'm gonna cut it. I'm going to cut it. So, no, no, no. No, 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 no! So, no, 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 no. So, no! So, wait a minute. So, come on! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020